live aus berlin das thema bei anne will ungarn will keine muslime wird islamfeindlichkeit in europa salonfähig guten abend meine damen und herren herzlich willkommen freue mich dass sie da sind dankeschön heute war volksabstimmung in ungarn allein das volk kam nicht jedenfalls nicht in ausreichender zahl damit ist das referendum ungültig wer aber jetzt denkt der ungarische ministerpräsident viktor orban würde deshalb seine flüchtlingspolitik ändern der irrt er will auch weiterhin so hat er auch jetzt noch mal klar gemacht sich von der europäischen union nichts vorschreiben lassen keine flüchtlingsquoten aufgeben lassen und will damit vor allem keine muslime ins land lassen macht man damit islam feindlichkeit salonfähig dazu sind heute abend bei uns der ungarische botschafter in deutschland peter jörkösch der österreichische außen und integrationsminister ist da sebastian kurz der parteivorsitzende der grünen jem östemir unsere kollegin katrin karlweit von der süddeutschen zeitung die den kampf um das referendum verfolgt hat und die islam kundelehrerin lamia kador ist da die sich in dieser woche wegen massivster anfeindungen vom schuldienst hat beurlauben lassen herzlich willkommen in allen schön dass sie da sind noch mal genau hingeschaut so geht volksabstimmung auf ungarisch ungarn und sein ministerpräsident viktor orban auf hartem anti einwanderungskurs der beste flüchtling ist der der nicht zu uns kommt ein höhepunkt heute der volksentscheid über die eu flüchtlingspolitik über die ansiedlung von nicht ungarischen staatsbürgern in ungarn im vorfeld wird die regierung für ein klares nein mit plakaten broschüren tv-spots seit beginn der flüchtlingskrise ist die zahl der terroranschläge in europa gefährlich angestiegen das kann auch bei uns geschehen aber trotz der kampagne stimmen deutlich weniger als die hälfte der ungarn ab das referendum damit ungültig dennoch bleibt orban auf kurs grenzzäune abschottung keine flüchtlings kontingente natürlich ist ein gültiges referendum besser als ein ungültiges aber es wird so oder so konsequenzen geben sind die ungarn doch weniger fremdenfeindlich und weniger europafeindlich als sie dachten sie und viktor orban ich gehe überhaupt nicht davon aus dass die ungarn europa oder fremdenfeindlich seien sie haben die frage ganz exakt zitiert wir haben diese frage deswegen gestellt weil der europäische rat bisher zweimal die entscheidung getroffen hat verteilung nur auf freiwillige basis und die frage lautete das das heißt wir entscheiden darüber wer mit uns lebt das war nicht über aufnahme sondern darüber wer über die aufnahme entscheidet können wir uns angucken was sie da genau gefragt haben damit wir alle wissen wovon wir reden wollen sie dass die europäische union auch ohne zustimmung des ungarischen parlaments die verpflichtende ansiedlung von nicht ungarischen staatsbürgern in ungarn vorschreiben kann kathrin warum ist das referendum jetzt gescheitert weil die ungarn doch welt offener denken als viktor orban und seine regierung das dachten ich muss jetzt sagen leider nein denn das ergebnis von denen die zur abstimmung gegangen sind ist ja dass fast 100 prozent mit nein gestimmt haben also nein wir wollen keine ansiedlung von fremden dass das quorum nicht erreicht wurde heißt eher dass viele gedacht haben naja die sache ist sowieso gelaufen zum einen weil orban ja gesagt hatte dieses ist eine botschaft an brüssel nur brüssel hat die botschaft schon längst vernommen die zwangsverteilungsquote ist längst vom tisch also insofern war hatte sich das ganze überholt und zum zweiten hatte orban immer gesagt wir wollen sozusagen eine starke botschaft nach brüssel schicken die ist gehört und zum dritten hat das dieses referendum mit dieser fragestellung keine juristische relevanz für ungarn es sei denn es folgt jetzt noch eine verfassungsänderung also insofern es hätte auch keinen unterschied gemacht ob man gegangen wäre also herr kirkosch hätte sich viktor orban und die regierung mit ihm den ganzen aufwand das ganze referendum nicht einfach auch sparen können ohnehin wenn er danach sagt gerade egal wie das volk entschieden hat auch egal dass das referendum ungültig ist wir setzen eh um was wir umsetzen wollen es wäre vielleicht eine möglichkeit gewesen wenn der vorschlag nicht mehr auf dem tisch wäre aber der vorschlag ist auf dem tisch nämlich in mai hat die europäische kommission einen vorschlag auf den tisch gelegt über einen permanenten verteilungsmechanismus und wir sagen dass wie ich es erwähnt habe aufgrund der entscheidungen des europäischen rates verteilung ja aber bitte nur freiwillig es geht hier das hat der parlamentspräsident martin schulz heute noch mal gesagt es geht um 1300 flüchtlinge gut 1300 flüchtlinge ich glaube 1294 exakt die auf basis dieses ersten beschlusses der im vergangenen jahr gefällt worden ist nämlich 160.000 flüchtlinge auf die mitgliedsländer der europäischen union zu verteilen darauf ziehen sie ab mit dem gewaltigen aufwand und jetzt noch mal gefragt da das referendum ausgrund von mangel der wahlbeteiligung 43 prozent sind nur hingegangen 50 hätten es mindestens sein müssen gar nicht zustande kommen sagt victor orbert gott egal ich mache weiter wie zuvor ich habe auch dieses interview mit dem europäischen mit dem präsidenten des europäischen parlaments gelesen und da ich an diesem tag am 22 september 2015 noch als ständiger vertreter in blüssel war muss ich ihnen sagen dass obwohl es vielleicht nicht unbedingt höflich ist von einem botschafter aber der präsident des europäischen parlaments irrt sich wir haben nicht über diese dieses system das der verteilung von 160.000 heute abgestimmt nämlich das war eine andere entscheidung und die ungarische frage war nicht retroaktiv und gegen diese diesen beschluss des rates haben wir sicherlich eine anklage in luxemburg bei dem europäischen gerichtshof eingereicht aber dabei geht es nicht um diese frage sondern um diesen vorschlag vom mai über einen permanenten ständigen verteilungsmechanismus und übrigens wenn ich die zahlen richtig kenne von den 160.000 die für zwei jahre vorgesehen waren sind bisher 5500 verteilt das ist circa fünf sechs prozent das heißt das gar die ganze idee ist total gescheitert wenn sie diese 100 1300 erwähnt haben was unser anteil von dieser zahl wäre ich kann ihnen sagen dass nur in diesem jahr in den ersten acht monaten dieses jahres hat ungarn legale asylsuchenden in der zahl von 26.000 aufgenommen das ist ein bisschen mehr als 1300 und nur die anzahl der stipendien die der ungarische staat für studenten aus ländern woher die meisten migranten kommen angeboten hat ist aus auch doppelt so viel wie diese zahl über die heute die ungarn überhaupt nicht angestimmt haben er ist mir kann es sein dass wir uns in der ungarischen regierung vollständig täuschen und in wahrheit machen die da eine gute sache mit so einem referendum heute dass sie sich mal genau anschauen was wird eigentlich in der eu so beschlossen wollen wir das wollen wir das nicht also erstmal dürfen die ungarn referendum machen worüber sie wollen so das ist mal klar und niemand in brüssel verbietet ihnen das referendum das können sie machen aber es ist schon etwas bizarr ein referendum in der fragestellung über etwas machen was niemand macht also verstehen sie haben ja gerade selber zu recht darauf hingewiesen dass die europäische union nun genau das nicht beschlossen hat einen automatischen verteilmechanismus sie stellen etwas zur wahl was es nicht gibt also das ist schon sehr suggestiv muss ich mal sagen erstens zweitens ein verteilschlüssel wäre ganz sinnvoll aber diesen verteilschlüssel also den eindruck zu erwecken als ob da über ungarn fremdbestimmt wird ist auch nach gerade absurd ungarn stellten eu kommissar ungarn stellt wie jedes andere mitgliedsland der europäischen union selbstverständlich abgehörte dem europäischen parlament das heißt da wird nicht fremdbestimmt ungarn sitzt im rat mit einer stimme nichts kann ohne und gegen ungarn bestimmt werden und sie haben sich ja durchgesetzt in dieser frage des verteilmechanismus dass sie trotzdem das referendum machen das hat für mich nichts anderes als das herr oban zwischen den wahlen mal wieder sich rückversichern möchte in seiner bevölkerung so ein bisschen wieder heilige stefan damals gegen die tatan vor 1000 jahren mal wieder sich als der große kämpfer gerieren will seriöse politik sieht meines erachtens anders aus und dann veranstaltet eine volks abstimmung heute darüber dass es sich von der eu keine flüchtlingsquoten vorschreiben lassen wir weder die zurückliegen noch mögliche zukünftige nun ist das referendum zwar ungültig aber victor orban sagt gut wäre besser wenn es irgendwie gültig gewesen wäre aber wir fahren trotzdem weiter in unserem kurs wie wir ihn eingeschlagen haben lassen sie sich das als ausgewachsener europäischer außenminister einfach so bieten also zunächst einmal finde ich spannend das ganze europa gerade darüber diskutiert wie viele leute am referendum teilgenommen haben auch der film einleitend hat über alles berichtet außer über die frage wie viel prozent eigentlich für was gestimmt haben also 43 prozent wahlbeteiligung dann haben mit nein gestimmt also sind im vorschlag der regierung gefolgt 98,24 prozent mit ja haben gestimmt 1,76 also mit anderen worten und das glaube ich ist etwas was wir schon mit bedenken sollten es haben bei dem referendum gerade mehr menschen in ungarn dafür gestimmt dass es keine quoten geben soll als damals 2003 beim referendum in ungarn menschen für einen eu beitritt in ungarns gestimmt haben also ich glaube wir haben einfach die gefährliche entwicklung mittlerweile in europa dass viele staaten und das ist ja nicht nur ungarn dass sie nicht nur die visegrad staaten sondern viele staaten nicht glücklich sind mit der politik die da gemacht wird und egal sozusagen ob man jetzt und da bin ich sehr stark bei ihnen was sie gesagt haben ob man jetzt die mittel richtig erachtet und ob das referendum sinnvoll ist oder nicht aber das problem das wir schon haben bei der flüchtlingsfrage ist dass viele staaten das gefühl haben einige wenige mittel europäische staaten vor allem deutschland zwingen hier anderen eine politik auf die sie nicht wollen das ist das staaten das gefühl aber da haben die menschen das gefühl die menschen worden waren die menschen die menschen haben das gefühl weil wenn in ungarn mehr menschen zu 57 prozent nicht hingegangen ja aber wissen sie wie viele menschen bei der letzten wahl zum europäischen parlament teilgenommen haben im umgang glaube ich 29 prozent und europaweit 43 prozent also sozusagen man kann natürlich jetzt ewig über die beteiligung sprechen ich glaube nicht dass das man das man kann das ergebnis in jegliche richtung interpretieren ich glaube man sollte nicht den fehler machen es so zu interpretieren dass man sagt die ungarn wollen mehr migranten aufnehmen das glaube ich wäre eine etwas falsche interpretation und neben dem faktum dass es nicht nur ein ungarisches phänomen ist und dass das referendum nicht so relevant ist sondern dass ganz viele staaten so denken und dass die bevölkerung in der masse der mitgliedstaaten so denkt haben wir bei der verteilquote ein zweites problem und ich verstehe nicht warum darüber nicht gesprochen wird nämlich dass selbst wenn staaten menschen aufnehmen wollen funktioniert es nicht die rumänen sind gezwungen worden mehrere tausend quartiere zu schaffen mittlerweile nach über einem jahr sind nicht einmal ein paar hundert flüchtlinge dort angekommen warum weil die flüchtlinge wenn sie sich schon auf den weg nach europa machen dann nicht in rumänien in ungarn oder in polen nichts für ungut bleiben wollen sondern sie wollen nach österreich deutschland oder schweden und insofern scheitert die verteilquote ja nicht nur daran dass die staaten nicht bereit sind sondern auch daran dass die flüchtlinge oder migranten nicht dazu bereit sind katrin ich würde gerne mal versuchen ein paar dinge zu trennen und auch diese diskussion noch ein bisschen auf den boden zurück zu bringen erstens hat orban mehrere male immer wieder betont ist dieses kein ist keine abstimmung über europa das wussten die ungarn die ungarn haben nicht gegen europa bestimmt die mehrheit der ungarn möchte in europa bleiben unter anderem weil europa auch sehr viel geld darum ganz zahlt aber das ist wiederum ein anderes thema erstens zweitens diese kampagne ging ja auch obwohl sie das immer sehr schön sophistisch erklären nicht letztlich darüber ob das parlament jetzt für eine zwangsquote ist oder darüber entscheidet oder wer darüber entscheidet es war ich habe das über monate immer wieder beobachtet eine kampagne in der es darum ging wir wollen keine fremden wir wollen keine jungen männer die unsere töchter vergewaltigen wir wollen in zehn jahren noch ungarisch sprechen können wir wollen und zehn jahren noch katholische gottesdienste abhalten können in europa ist sozusagen sind sind migranten in horden gekommen die europa als das territorium invadieren und überrennen wollen also da ist eine sprache benutzt worden die mit der zwangsverteilungsquote nichts mehr zu tun hat hier ging es um eine kampagne die dieses land abschotten soll ihre zahlen sind natürlich immer sehr hübsch wie viele asylanträge haben wir genommen die wahrheit ist dass mit dem neuen asylgesetz was im sommer in kraft getreten ist an zwei transitionen genau 15 menschen pro tag überhaupt vorgelassen werden die asyl antragsquoten oder zulassungsquoten sind in österreich in österreich in ungarn mit die niedrigsten der ganzen eu also dieses land schottet sich mit seinem regierungskurs ab die mehrheit derer die hingegangen sind hat gesagt wir wollen das so das ist das ergebnis einer anderthalbjährigen kampagne das heißt nicht dass die ungarn europa feindlich sind im gegenteil aber heißt es dass ungarn fremdenfeindlich ist das weiß ich aber darf ich nur einen satz dazu sagen zu der zu der frage ist ist ungarn europa feindlich ich teile die einschätzung es ist nicht europa feindlich aber wir haben schon das problem dass in der flüchtlingsfrage aus meiner sicht ein riesen spalt pilz derzeit in europa vorhanden ist und dass die fliehkräfte in europa gerade stärker werden dass die blockbildung stärker wird dass die visegrad gruppe wesentlich stärker auch als konterpart zu deutschland auftritt also ich glaube das problem das wir schon haben im moment ist dass viele staaten das gefühl haben sie werden als mitgliedsstaaten zweiter klasse behandelt sie müssen von den moralisch überlegenen erzogen werden und ich spreche jetzt als ein vertreter eines landes dass die zweithöchste zahl an flüchtlingen pro kopf nach schweden aufgenommen hat und obwohl wir so viele aufgenommen haben und diese staaten so wenig glaube ich nur wenn wir nicht langsam in europa etwas verständnisvoller miteinander umgehen auch ein bisschen mehr respekt davon dass unterschiedliche meinungen gibt auch wenn wir die nicht teilen dann wird dieses europäische projekt scheitern und wenn du luxemburgische außenminister asselborn sagt ungern gehört aus der europäischen union ausgeschlossen also wie weit haben wir es denn gebracht ist das ziel am ende der kleine klub der moralisch überlegenen und alle erweiterungsprojekte der letzten jahrzehnte machen wir rückgängig also ich habe ein bisschen respekt für vielfalt nicht den versuch machen ständig sich als moralisch überlegen zu präsentieren und dann gelingt vielleicht auch gemeinsamkeiten zu finden kurz ich bin ganz bei ihnen ich finde es nicht richtig dass es falsch ist dass ungarn die europäische union verlassen soll die ministerpräsidenten von ländern kommen und gehen unsere länder bleiben insofern sollte man nicht aus der tagesaktualität heraus solche tiefgreifenden entschlüsse ziehen aber eins verstehe ich nicht das gilt für ihr land genauso wie für ungarn und es gilt auch zum teil für mein land für deutschland wenn das richtig ist was sie gerade gesagt haben dass wir es da mit einer wahnsinnigen herausforderung zu tun haben die ein land allein überfordert mit fliegekräften hat er ist das doch jetzt die stunde europas und sicherlich nicht das zurück zum nationalstaat also müssten sie doch hier mit mir zusammen ein flammendes bede halten und versuchen die ungarn davon zu überzeugen dass das thema klimawandel fluchtursachen bekämpfung nichts davon kann mit dem nationalstaat darauf antworten dass wir brauchen wir wissen sie welches mitgliedsland welches mitgliedsland als erstes paris ratifiziert hat wissen sie dass das vermeint land das ist großartig zum beispiel wir investieren eine menge auch im rahmen eines sogenannten weltwasser gipfels dass man überall in der welt hilft menschen dort wo sie in not sind das heißt diese linie die sie beschrieben haben wie man eine europäische lösung finden könnte wo sich jeder findet in welcher weise er am meisten menschen in not helfen kann wir sind hundertprozentig in ihrem boot aber ich will nicht weggehen von dem punkt den wir eben haben hatten und will dabei noch kurz bleiben haben sie eigentlich ein freund mitgebracht nur wenigstens ich habe sie haben viel mehr haben sie haben immer klatscht frau kador sie haben eben heftig genickt als kathrin kahlweid auseinander gefisselt hat wie die stimmung in ungarn ist und wie fremden ablehnend bis freien feindlich sie eigentlich ist als europäerin frau kador möchten sie das ein schritt wie heute dass eine solche volksabstimmung veranstaltet wird dass der irgendwie bestraft wird dass irgendwas passiert von europa ähnlich wie es herr kurz angesprochen hat als könnte er unsere karteikarte gucken dann hätten wir nämlich den oton von der asselborn eingespielt er gesagt hat ungarn gehört eigentlich aufgrund seiner flüchtlingspolitik ausgeschlossen aus der eu nein so weit würde ich nicht gehen ich würde jetzt nicht pauschal ein land quasi dafür abstrafen aus der eu ausschließen weil es vielleicht diese stimmung im land gibt ich würde die stimmung im land tatsächlich mal mehr thematisieren wollen aber nicht gleich sagen wir geben denen keine chance vielleicht muss man auch ein wenig ein wenig mehr aufklärung betreiben vielleicht muss man ein wenig mehr gegenkräfte vielleicht auch innerhalb also aus der aus der gesellschaft heraus mobilisieren die dann entsprechende politik mitgestaltet ich halte es für wenig zielführend solche diskussionen zu führen im sinne von wir müssen jetzt schauen wie wir die ungaren rauskriegen und sondern es wäre immer besser da versuchen kompromisse zu machen und das hat überhaupt nichts mit moralischer überlegenheit zu tun so würde ich es jedenfalls werden sondern vielmehr auch ein stück weit mit pragmatismus auch diesen menschen gegenüber die da einwandern wollen die kommen doch nicht einfach so weil die gerade lust haben syrien zu verlassen die haben ja einen triftigen grund dieses damals jedenfalls sehr schöne land zu verlassen und da finde ich es schon ziemlich angebracht ein wenig mehr auf die bewegtgründe zu schauen und stattdessen oder stattdessen nicht immer zu sagen aber wir tun außerhalb wasserversorgung wir tun dieses und ich kann mich noch sehr gut an die bilder an den grenzzäunen ungarns erinnern was man dort mit den armen menschen zum teil gemacht hat die hat man zum teil niedergeknüppelt und dass solche bilder genau dasselbe in der türkei und deutschland wollte das also ich möchte nur eins sprechen wir über kalle ein bisschen dass flüchtlinge zusammengeknüppelt werden nein aber deutschland wollte deutschland wollte meines wissens nach dass die türkei verhindert dass flüchtlinge sich auf den weg nach kriegeland machen ich glaube nicht dass das nur mit dem freundlichen überreden durch die türkische polizei dort geschieht also ich habe in der türkei ganz andere bilder gesehen die kameras werden halt nicht so oft zugelassen wir an der ungarischen grenze oder in griechenland nur einen satz zu dem was sie gesagt haben wir brauchen definitiv mehr europa in der flüchtlingsfrage aber man darf schon die frage stellen nicht nur in der flüchtlingsfrage in vielen fragen aber man darf schon die frage stellen mehr europa in welche richtung und ich habe gestern einen bericht gelesen dass zum beispiel flüchtlinge in libyen oder in syrien teilweise ihren kindern urin zu trinken geben weil die trinkwasserversorgung dort so schlecht ist wir haben sechs millionen binnenflüchtlinge in syrien also schauen wir doch nicht weg wenn das leid weit weg anderswo passiert und kümmern uns nur um die die ankommen und ich glaube wenn wir als europa endlich sagen würden wir tun mehr vor ort wir nehmen auch menschen in europa auf aber die wir mittels resettlement programmen aus den krisengebieten holen und nicht diejenigen die sich illegal auf den weg nach europa gemacht haben wenn wir das endlich tun dann sind viele staaten auf einmal mit dabei und ich halte diese relocation programme die wir betreiben das heißt wer nach italien oder griechenland illegal durchkommt der hat dann eine chance nach deutschland weiter verteilt zu werden aber wer in syrien leidet der hat keine chance legal zu kommen das halte ich für die falsche politik und ich glaube wenn man sich entfernen würde von der idee der verteilung nach quoten wie im letzten jahr und mehr vor ort machen würde den außengrenzschutz betreiben würde und legale wege schaffen würde dann glaube ich dass man viele osteuropäische staaten davon überzeugen könnte vielleicht nicht so viele menschen mit deutschland aber doch auch menschen aufzunehmen also was die legale wege angeht das teile ich zu 100 prozent wir hätten viel früher an den grenzländer von syrien unterstützen müssen da wären hunderttausende von menschen nie zu uns gekommen wenn das world food programm nicht um die hälfte gekürzt worden wäre und die leute irgendwann gemerkt hätten ihre finanzvorräte gehen zu neige sie können ihre familie nicht ernähren was soll man denn dann sonst machen also das mache ich glaube ich das kann man niemandem ernsthaft zum vorhof machen aber hier was anderes sagen wir alle die wir überzeugte europäer sind haben in der schule die schumann rede gelesen vom damaligen französischen außenminister aber wir haben sie nicht zu ende gelesen da steht nämlich drin wofür dieses europa gegründet werden soll nämlich dass wir zusammen unserem nachbarkontinent afrika kümmern osteuropa war damals nicht im bildschirm leider wegen dem kalten krieg aber afrika jetzt schaue ich mal zurück haben wir einen guten job gemacht als europäer beim kümmern um afrika ich meine damit nicht kolonialismus ich meine damit nicht ausbeutung sondern ich meine damit stipendien ich meine damit so wie ein marschallplan für nordafrika ich meine damit dass wir austausch machen dass wir das duale bildungssystem dort exportieren dass wir korruption bekämpfen und auch mal klartext mit korrupten regierungen reden da wünsche ich mir europa und da wünsche ich mir übrigens auch mehr von österreich dass wir da endlich gemeinsam vor unsere bevölkerung treten und sagen wenn ihr nicht wollt dass hier flüchtlinge kommen dann heißt es eine andere landwirtschaftspolitik dann heißt es klimaschutz dann heißt es wir wirtschaftspolitik dafür sorgen dass die ihre produkte und zwar nicht nur die rohstoffe sondern auch verarbeitete produkte zu uns bringen können dann heißt es keine rüstungsexporte nach saudi arabien über all das muss man dann mal tacheles reden und nicht drumherum aber im letzten jahr ist das gegenteil passiert im letzten jahr im letzten jahr ist genau das gegenteil passiert das land das immer vorreiter bei der entwicklungszusammenarbeit war nämlich schweden hat seine entwicklungszusammenarbeit gelder vor ort reduziert weil sie das geld verwendet haben für die unterbringung von flüchtlingen in schweden das heißt weniger hilfe vor ort wo man mehr menschen erreichen kann um die aufnahme in mitteleuropa zu finanzieren eine absurde politik es ist so passiert es ist so passiert man sollte nicht aber sie haben es genau so gemacht und im ergebnis hilft schweden heute weniger menschen als damals also ich glaube wenn wir als europa helfen wollen dann gibt es bessere wege als bei illegaler migration nach europa einfach zuzusehen illegale migration an den punkt will ich noch mal anknüpfen damit ist ja all das gemeint was dublin nicht möglich macht also deshalb noch mal gefragt herr georgers hätten sie in dem ungarischen referendum in dem referendum das ungarn heute veranstaltet hat nicht präziser fragen sollen weil es eher der haltung der regierung orban entsprochen hätte so wie wir sie verstehen möglicherweise vertun wir uns dass sie gefragt hätten wollen sie nicht dass muslimische flüchtlinge zu uns kommen aber es geht nicht nur darum nicht nur darum aber auch es geht nicht darum es geht darum wer in dieser frage entscheidungen treffen kann und ich weiß nicht um es zu verstehen das heißt ungarn würde muslimische flüchtlinge aufnehmen wenn ihnen das nicht von der eu verpflichten per quoten aufgegeben würde ich würde sogar nicht muslimisch sagen ungarn ist bereit an einem komplexen system von europäischen maßnahmen und verteilung freiwillige freiteilung kann davon integrierter bestandteil sein aber sie haben die frage nicht beantwortet ich könnte mal das auch so sagen ich habe schon es mehrmals versucht eine antwort zu geben und wurde immer unterbrochen aber das ist eine der geschichte jetzt noch mal ich stelle sie noch mal die frage sie haben auch schöne zuhören was ich ihnen sagen will jetzt geht es um eine politische methodologische frage ob wir ordnung in unserem hause haben oder nicht frau karbeit nennt dich abschottung ich nenne das ordnung schengen und dublin weil nur dort wenn wir ordnung im eigenen hause haben dann können wir so vielen menschen wie möglich helfen und übrigens ich weiß nicht ob es dem vorsitzenden der grünen hilft dass der ungarische botschafter mit ihm vollständig einverstanden ist aber dabei geht es um handelspolitik um agrarpolitik und umweltpolitik wir schauen uns mal an was ihr ministerpräsident sagt und dann stellen wir noch mal die frage ob sie wirklich alle menschen wollen oder ob sie bestimmte menschen auch eines anhänger eines bestimmten glaubens eben nicht wollen ungarns ministerpräsident orban warnt vor muslimischen einwanderern europa ist griechenland nicht persien es ist rom nicht kartago es ist christentum und kein kalifat wenn europa einen wettkampf der kulturen zulässt dann werden die christen verlieren der einzige ausweg für diejenigen die europa als christlichen kulturkreis erhalten wollen ist nicht immer mehr muslime herein lassen sie legen mehr gewicht auf familie kinder zusammenhalt in der gemeinschaft und deswegen werden sie am ende mehr sein als wir das ist simple mathematik matematik in ungarn gibt es zehn millionen menschen die dort wurden zehn millionen einwohner und es gibt rund 10.000 menschen muslimischen glaubens warum genau schürt ihr ministerpräsident angst vor etwas was sie gar nicht kennen er kennt meine aus meinen kenntnissen nach sehr gut den islam weil er praktisch ständig unterwegs ist in diesen ländern er steht im ständigen dialog zum beispiel mit dem mit der höchsten autorität des sunnitischen kirche aus kairo der übrigens bald ungarn besuchen wird er steht im dialog mit dem mufti von bosnien und er war in indonesien er war in ägypten und hat auf diese probleme hingewiesen was sie schon erwähnt haben was in nordafrika losgeht und übrigens diese geschichte um familienpolitik ist eher ein problem für uns selbst dass wir mit familienpolitik und steuerpolitik unseren familien helfen sollten so insofern gehe ich sehe ich dabei keinen widerstrich hat jörg also es ist schwer sie dazu zu bringen aber sie sagen dass an anderer stelle durchaus und sie haben ja auch genau gelesen welche zitate ihres ministerpräsidenten wir alle übrigens ohne jede mühe gefunden haben nochmal gefragt warum wollen sie keine muslime in ungarn haben wir haben mehr als 2000 muslimische studenten in ungarn ist das irgend macht ein und finanziert durch den staat ist das ein verhalten wo man es sagen kann dass die ungarn gegen die muslime sind tun wir unrecht katrin sie kennen ungarn sehr gut sie haben es bereist tun wir der ungarischen regierung unrecht wenn wir sagen sie ist islam feindlich sie will keine muslime in in ungarn haben es tut mir leid der botschafter nein wir tun ungarn nicht unrecht ich war auf den in den letzten wochen regelmäßig in ungarn auf diesen sogenannten roadshows dabei wenn ungarische hochkarätige politiker versucht haben für diese kampagne zu mobilisieren und in dieser kampagne wurde eine rede mit immer gleichen sozusagen bestandteilen gehalten in der sinngemäß gesagt wurde die muslime passen nicht zu uns sie können in der regel kaum lesen und schreiben sie haben keine arbeitsmoralischen keine europäische sie wird sind feindselig sie werden sie nicht anpassen sie wollen sie nicht anpassen das ist die diktion die sich durchzieht es ist ja übrigens nicht so um das mal ganz kurz zu sagen dass ungarn keine flüchtling keine ausländer möchte es gibt eine sehr lukrative werbekampagne man kann sich nämlich eine aufenthaltsgenehmigung für ungarische staatspapiere kaufen da kaufen sich russen und auch saudi araber menschen aus dubai sonstwo aufenthaltsgenipps viele chinesen tausende inzwischen daran verdient der staat also die nimmt ungarn gerne es wird 300.000 euro richtig kostet 300.000 euro finanzmakler die teilweise in finanzoasen sitzen verdienen noch mal daran ich habe den ungarischen regierungssprecher danach gefragt hat er nur gesagt was ist schlecht daran wenn ungarn an sowas verdient also das ist möglich es wird auch um ukrainische arbeiter geworben weil inzwischen ein regelrechter brain drain eingesetzt weil gerade die jungen leute ungarn verlassen also es ist nicht so dass ungarn keine ausländer möchte es sollen nur bestimmte ausländer sein herr kurz wer so redet wie der ungarische ministerpräsident das tut macht der islam feindlichkeit in europa salonfähig also er ändert damit ja nicht die stimmung in österreich oder in deutschland oder sonst wo insofern glaube ich wird dadurch islam feindlichkeit nicht salonfähig glaube das problem das wir eher haben ist dass die flüchtlingsbewegungen des letzten jahres und die politische reaktion darauf dass die leider gottes sehr viel schlechtes in den menschen geweckt hat nämlich in allen sie hat zu rechtsextremismus geführt zur islam feindlichkeit geführt sie hat zu gefällt aber ja nicht vom himmel die fällt nicht vom himmel aber der grund dafür war natürlich dass das in österreich gestiegen ist oder in deutschland war natürlich die flüchtlingspolitik des letzten jahres und wenn wir uns die situation in österreich anschauen dann gibt es auch davor schon oder ja aber sie ist um zehn prozent im letzten jahr empor geschossen und insofern hat sich unsere politische landschaft schon verändert ich glaube die afd ist in deutschland im letzten jahr auch deutlich stärker geworden ganz kurz den gedanken fertig machen also ich glaube ja wir haben ein problem mit islam feindlichkeit genauso wie wir ein problem mit radikalisierungstendenzen sprechen nein kurz dann finden sie es doch nicht gut ich finde es auch nicht gut das habe ich auch nie behauptet ich würde nie zuwanderer und schon gar nicht flüchtlinge ins land holen oder auch nicht weil sie einer gewissen religionsgruppe angehören oder nicht ich mache seit fünf jahren integrations- und migrationspolitik ich bin der festen überzeugung dass man migration steuern darf und auch steuern sollte man sollte auf bildungsniveau schauen man sollte natürlich auch auf die fähigkeit der sozialen integration schauen man sollte auch nicht verleugnen dass menschen die aus einem kulturkreis kommen der uns ferner ist schwieriger zu integrieren sind im schnitt als andere wir haben uns schwerer getan die tschetschenen in österreich im schnitt zu integrieren als die deutschen oder die ungarn also das ist auch eine wahrheit die man ansprechen muss aber das bedeutet nicht dass man keine muslime ins land lassen sollte wird islam feindlichkeit so salonfähiger gemacht frau kador definitiv ja ich würde das tatsächlich da würde ich widersprechen allein deshalb schon weil er sicher ein bestimmte oder diese aussagen sich jedenfalls in bestimmte tendenzen oder kräfte einreihen die ja schon längst vorhanden sind die islam feindlichkeit gibt es ja erst nicht nicht erst seit dem beispielsweise seit dem 11 september 2001 da gab es aus meiner sicht zwar eine zäsur also einen rapiden anstieg klar bevor er durch diese islamistischen anschläge aber auch vorher war es ja nicht gerade so dass man als muslim jetzt nicht vorurteilen gegenüber ausgesetzt wäre aber da lief das noch alles unter diesem naiven 1001 nacht blick da hat man das eben nicht so ernst genommen nachholen ist ging es nur noch um den politischen islam beispielsweise ich glaube schon gerade in der jetzigen zeit in dem doch sehr viele europäische gesellschaften ein wenig doch polarisiert werden auch gerade wie diese scharfmacher zum teil fällt so was auf fruchtbaren boden bei bestimmten leuten das darf man sich als politiker aus meiner sicht nicht leisten solche sätze zu sagen weil sie doch eine bestimmte stimmung eher noch unterstützen sie sind diplomat herr georgers die sind seit jahrzehnten darauf trainiert mit ihrer sprache ganz sorgsam umzugehen macht ihr ministerpräsident das auch sicherlich ist der einer der ich würde mal sagen eckig formuliert das ist der ungarisches wort das heißt eher direkt und nicht unbedingt in dem allgemeinen pc sprache schürt er ängste ängste wurden geschürt dadurch dass wir die kontrolle in europa verloren haben das war das engste geschürt hat und nicht ungar und er hat zum ersten mal gesagt ich bin euer burkkapitän das ist nicht abschüttung sondern ich schütze euch damit wir geregelte verhältnisse haben europa schengenzone das ist unsere pflicht aber botschafter ich glaube frau kadot und ich muss mir nicht erklären dass es ein problem gibt mit islamismus dass es ein blieb im salafismus darunter leidet sie darunter leide ich und dagegen kämpfen wir und zahlen da auch einen preis dafür aber ich habe jetzt gerade aufmerksam zugehört bei der präsentation da wurde das römische reich präsentiert das römische reich war das mare nostrum das ging um das mittelmeer die werte auf die wir hoffentlich uns gemeinsam verständigen der aufklärung von kant und von anderen das sind die werte die erkämpft worden sind auch zum teil nicht nur mit sondern gegen das christentum die trennung von staat und religion das heißt das was europa groß macht und auch einzigartig in der ganzen welt ist das ist dass man bei uns die menschen nicht danach beurteilt wo sie herkommen sondern danach beurteilt wo sie hin wollen das ist europa erstens wenn frau karbeit alle reden von herrn orban gelesen hätte vielleicht hat sie das dann hätte sie ein viel breiteres und bunteres bild gehabt nämlich wie der ungarischen ministerpräsident über den islam denkt das hat er mehrmals festgeschrieben und klar gesagt er schätzt den islam sehr hoch ein das ist teil der globalen werte der welt und man muss mit diesem islam im frieden die beste beziehungen aufbauen passt der islam denn zu ungarn herr georgos ich weiß nicht ich verfolge mit großem interesse diese diskussionen in deutschland in frankreich und darüber schreibe ich ganz detaillierte berichte aber ich möchte mich in diese innendeutsche diskussion ehrlich nicht einmischen aber ich habe ja auch gefragt passt der islam zu ungarn das könnten sie sagen eine interessante frage aber es ist momentan insofern nicht von relevanz bei wie gesagt gesagt haben wir haben circa 10.000 muslimen in ungarn unter ganz geregelten verhältnissen übrigens viele von denen während des balkantrieges nach ungarn gekommen sich dort wohl gefühlt inwiefern ich weiß diese diese mehrere hunderte sogar mehrere tausende studenten aus diesen staaten fühlen sich in ungarn wohl so insofern habe ich keinen zweifel daran dass dieses problem in ungarn nicht existiert warum steht es in dem land nicht zu öste mir zu sagen wir wollen uns angucken wer bei uns lebt und wer in unsere gesellschaft und unsere gemeinschaft passt drehen wir es doch mal um ich sag das gegenteil natürlich steht zu einem zu ich kämpfe für ein einwandlungsgesetz in deutschland also für diejenigen die nicht aus gründen des asyls kommen um ihr leben zu retten weil sie vor krieg und unterdrückung fliehen kämpfe ich für ein einwanderungsgesetz ich habe mich das erste mal 1994 dafür eingesetzt das kann man alles nachlesen einwanderung für die die aus wirtschaftlichen gründen kommen das darf ein land steuern aufgrund von alter aufgrund von qualifikation aufgrund von sprach geht es selbstständig machen alle klassischen einwanderungsländer wünsche ich mir für uns auch aber bitte nicht aufgrund von religion für die kann man nichts verstehen sie die sucht man sich nicht selber aus ich hatte im geburtstag keinen einfluss darauf mit welcher religion ich auf die welt komme und sie glaube ich auch nicht insofern jetzt bin ich wieder bei europa das ist aufklärung dass man die menschen nicht nach der religion beurteilt sondern beurteilt sie danach ob sie die werte europas teilen das kann ein muslim machen und andere machen es nicht es können christen machen andere zu uns nicht und juden und atheisten das ist glaube ich das was uns ausmacht zur fairness will ich nur eins sagen wenn wir jetzt viel über ungarn diskutieren manches von dem es ist halt auch ihr job als botschafter was sie da jetzt abkriegen da haben sie recht das ist natürlich auch ein europäisches phänomen sie haben recht mit dem hinweis auf die afd die fb über ihn im land und wir können ja reihum durch europa gehen es hat viel mit angst zu tun mit verunsicherung häufig dort wo die wenigsten muslime sind das ist ja das abenteuerliche der anteil ist zum teil dort am höchsten wo wir die wenigsten zuwanderer haben und das hat viel mit ursachen zu tun dass da zum teil man sündenbock sucht es gibt auch reale probleme ich rate zu zwei dingen erstens haltung wir die wir von demokratischen parteien kommen dürfen nicht den populisten nach dem mund drehen sondern wir müssen auch manchmal unseren wählerinnen und wählern dinge sagen die sie vielleicht nicht so gerne hören für die man nicht gleich applaus bekommen und zweieins wir müssen die probleme lösen wir müssen dafür sorgen dass keiner in der gesellschaft zurückbleibt weil das sind dann diejenigen die am anfälligsten sind und wir müssen die kulturelle dimension der debatte aufnehmen dies da nämlich auch gibt es geht nicht nur um die muslime sondern es geht im kern geht es darum wollen wir im 21 jahrhundert leben wo frauen berufstätig sein können wo männlein und weiblein heterosexuell homosexuell sein können wo wir in offenen gesellschaften leben oder wollen wir zurück in die 50er jahre im kern geht es hier auch um eine kulturelle frage und die muss man offensiv führen man muss sie vor allem gewinnen ist das möglich mit dem islam oder ist es auch möglich mit mit menschen die aus islamischen ländern kommen wo beispielsweise es nicht so einfach ist akzeptiert zu sehen dass frauen gleichberechtigt sind dass homosexuelle heiraten können und so weiter und so fort ist es genau deshalb sage ich integration ist nicht nur sprachvermittlung integration ist nicht nur dass man job hat zur integration hat auch eine kulturelle dimension dazu gehört dass man und in deutschland nicht leicht das ist glaube ich dass auch das gehört zur ehrlichkeit dazu das ist anstrengend mit rückschlägen verbunden und das ist nichts was was man so nebenher macht also wer in deutschland die gleichberechtigung von mann und frauen nicht akzeptiert zwar egal welchen untergrund der wird hier nicht glücklich ich sage das sehr klar lamia kador ist im moment auch nicht glücklich weil sie nämlich böse angefeindet wird sie frau kador sind islam kunde lehrerin sie lehrer religionslehrerin islamische religionslehrerin pardon ist gut das ist noch mal machen an der sekundarschule in dienstlaken lehren sie beziehungsweise sie lehrten denn sie haben diese woche mittwoch gesagt es geht so nicht weiter haben sich beurlauben lassen von der schulbehörde warum was ist da passiert also ich bin diese massiven anfeindungen ja zum teil gewohnt das ist jetzt nichts völlig neues für mich gewesen wie einige wissen habe ich ja davor ein buch geschrieben zum thema warum sich jugendliche in den salafismus radikalisieren und warum das passiert und dass wir präventiv einwirken müssen dafür habe ich auch sehr viel ärger von islamisten bekommen wie sich vorstellen können auch morddrohungen das heißt ich bin einiges gewohnt davor hatte ich jahrelang konkrete probleme mit relativ konservativen bis fundamentalistischen muslimen ich war denen auch nicht genehm genug und da hatte ich auch genug genügend ärger also ich bin so eine bestimmte quote von hass und häme wenn ich das mal so sagen darf gewöhnt was aber erschwerend hinzu kam war dann als die ersten vorab veröffentlichung kam die kam glaube ich eine woche vorher ungefähr sie haben ein neues buch genau da da stieg das schon an da merkte ich oder da kommen mehrere e-mails relativ gleichlautend man braucht mich hier nicht ich solle verschwinden und das ist noch wirklich nett formuliert sondern auch mit sehr viel beschimpfung und ich meine ich will gar nicht rumheulen sozusagen das gehört dazu wenn man eine öffentliche person ist das ist mir bewusst aber was nicht mehr dazu gehört ist dass man morgens um fünf uhr von 54 einzelnachrichten geweckt wird von einem mann der 30 kilometer von mir entfernt wird und 30 kilometer von der schule entfernt wohnt mit klarnamen mit foto über facebook einen also 54 nachrichten bekommt unter anderem mit heil hitler man soll nämlich vergasen ist in wirklichkeit jüdeln man müsse mich vergewaltigen sexual fantasien dann noch eine rolle spielen das war an dem morgen am gleichen tag ging es dann noch weiter dass am abend ein bestandener journalist der seinen blog gerne mal zur verfügung stellt für alles mögliche ronan tiche und ich möchte ihn hier auch benennen weil ich finde auch journalisten haben eine verantwortung zu tragen für das was sie tun in dem dann ich weiß ich da muss sich immer drei vier tage wohl hingesetzt haben um mich unmöglich zu machen die krudesten theorien aufgestellt hat und das war dann an einem tag doch relativ zu viel und das an einem tag wohlgemerkt am nächsten morgen ging das in einer tour wieder weiter die ganzen e-mails und da stellt man sich natürlich schon die frage wie soll ich denn jetzt unterrichten gehen wir jeder weiß wo ich unterrichte die schule ein öffentlicher raum ist ich habe schutzbefohlen also diese kinder sind ja meine schutzbefohlenen was ist denn wenn wirklich mal was passiert und dann konnte ich tatsächlich wirklich nicht mehr hingehen das konnte ich nicht mehr verantworten sie haben erklärt was es ist ihrer meinung nach was die menschen jetzt noch mal massiver und aggressiver auf sie reagieren lässt als all die male zuvor bild den anderen ein bisschen helfen dabei weil nicht jeder ihre interviews jetzt schon gelesen hat sie sagen nämlich zum beispiel auf zeit online ich glaube das ist so ein bisschen der kernsatz jetzt auch ihres buches den sie da ausführen da sagen sie die deutschen haben eine bring schuld die mehrheit muss integrationswillige menschen und deren in deutschland geborene nachkommen respektieren und zwar auf augenhöhe sprich sie halten jetzt der mehrheitsgesellschaft einen einen spiegel vor und sagen leute integration ist keine einwandstraße den satz kennen wir schon aber das heißt auch was für euch wenn sie von dieser bring schuld sprechen was ist dann gemeint genau nachdem ich 15 jahre als islam wissenschaftler was mir inzwischen übrigens auch abgesprochen wird ich sei das nämlich gar nicht und so weiter wenn man sich 15 jahre damit wirklich intensiv befasst hat kinder sieht die soziale und emotionale probleme mit der integration übrigens haben also auch genau das anspricht wo eben die defizite in der integration liegen da muss man konsequent sein und nach 15 jahren auch mal den blick in die mehrheit richten dürfen zu sagen ich sehe da ähnliche probleme und defizite und die würde ich gerne benennen tatsächlich bring schuld ja die bring schuld übrigens nicht nur bei der mehrheit die bring schuld liegt natürlich auch bei den menschen die einwandern und ihre nachkommen aber es sieht eben auch eine bring schuld wenn man so will bei unserer mehrheitsbevölkerung die wenigstens die integrationsbemühungen und integrations willen von menschen anerkennen muss ja ich habe ich bin hier geboren worden ich habe abitur gemacht ich habe studiert ich habe meinen abschluss gemacht ich habe mich in vielfacher weise eingebracht für diese gesellschaft aber auch für die muslimische kommunikation habe genügend ärger für bekommen glauben sie mir das es kann doch nicht sein dass man menschen wie mich die sich die sich wirklich als deutsche verstehen die deutsche kinder auf die welt setzen denen immer noch erklärt also du bist ein migrant du bleibst weiterhin ein ausländer du bist eigentlich muslimin du bist frau wir wollen dich nicht und ich werde dich gleichsetzen mit menschen die gerade erst in dieses land einwandern und dann auch noch integrationsdefizite mit sich bringen ich bin auch keine islamistin wie mir gerne nachgesagt wird dass das da da stimmt irgendwas nicht das kann doch nicht sein dass wir plötzlich das nicht mehr sehen dass wir hier eine dass wir menschen haben die hier in der vierten generation geboren werden und die selbstverständlich deutsch sind ja was sollten sie denn sonst sein ja und das da das da lege ich die finger in die wunde und das muss man sich das tut mir leid aber auch das muss man sich dann eben anhören statt mir damit dem leben zu drohen herr kurz haben auch alteingesessene österreicher eine bringschuld gegenüber denjenigen die in ihr land also nach österreich gekommen sind die dort versuchen sich zu integrieren die möglicherweise da geboren sind und zu österreich dazugehören also ich habe das buch noch nicht oder nicht gelesen insofern kann ich jetzt nicht sagen ob ich vollkommen übereinstimme oder oder nicht aber wir haben uns vor der sendung schon kurz ausgetauscht und der zugang dass integration immer ein gegenseitiger prozess ist wo beide seiten gebraucht werden den teile ich zu 100 prozent also ich habe vor fünf jahren als staatssekretär in österreich im integrationsbereich begonnen und unser zugang war damals integration durch leistung oder ist es nach wie vor also jeder der zu uns kommt muss seinen beitrag leisten aber jetzt umgekehrt und die österreicher müssen den menschen offen gegenüber begegnen und ihnen die chance geben dass sie sich in österreich einbringen und auch hier ihren beitrag leisten können also ohne dass beide seiten einen beitrag leisten kann integration aus meiner sicht überhaupt nicht funktionieren muss sich österreich dann auch verändern hat es diese bringschuld also in deutschland ich finde das immer spannend die diskussionen in deutschland darüber ob deutschland ein einwanderungsland ist oder ob der islam zu deutschland gehört also ich kann es für deutschland nicht beantworten aber die zahlen sie nicht unendlich zu österreich ich meine in österreich wir haben 600.000 muslime in österreich der islam ist seit 1912 eine anerkannte religion in österreich das erste land in europa und wir haben im jahr österreich habsburg und wir haben im jahr wir haben im letzten jahr 270.000 zuwanderer gehabt als acht millionen land also wir haben die höchste zuwanderung in ganz europa insofern die debatte ob wir ein einwanderungsland sind ja natürlich ja und ist der islam in österreich anerkannt ja seit 1912 also ich finde das sind teilweise so scheindebatten die geführt werden und insofern glaube ich sollte man sich viel mehr auf die wirklichen probleme fokussieren die es gibt und ja der hass den gibt es leider auf beiden seiten also ich erlebe das auch nicht in dem ausmaß und will das auch nicht vergleichen aber wenn ich den muslimen in österreich und in der welt einen gesegneten ramadan wünsche dann gibt es rechtsradikale postings auf meiner facebook seite und wenn ich wenn ich ankündige ich fahr zur trauerfeier für shimon peres da gibt es junge muslime aus österreich die auf tiefste antisemitische gedanken verbreiten also da gibt es viel was wir tun müssen in unseren gesellschaften und ich glaube was das wichtigste ist aber dass wir versuchen die dinge unter kontrolle zu halten und ich glaube das letzte jahr war deshalb auch so schädlich weil dadurch natürlich probleme größer geworden sind und das ist mein letzter satz hängt schon auch immer von der zahl der zu integrierenden ab also wenn die zahlen zu groß sind ist es schwieriger aber integration hängt durchaus auch von der haltung der regierungen aber erstaunlich jetzt dass sie sagen sie seien mit kador frau kador genau einer meinung was die frage der bring schuld auch der österreicher angeht denn im moment haben wir den eindruck integration nach alpenart geht ein bisschen anders es darf in österreich kein widerspruch sein selbstbewusster österreicher und gleichzeitig gläubiger moslem zu sein einen islam österreichischer prägung das fordert sebastian kurz nicht nur außen sondern auch integrationsminister österreichs 2015 unter seiner führung ein neues islamgesetz muslimische gemeinden stehen nun unter verstärkter kontrolle des staates eine finanzierung aus dem ausland ist seitdem verboten vor wenigen wochen ein neuer vorstoß kurz kündigt ein integrationsgesetz an er fordert ein burka verbot und sagt die vollverschleierung passt nicht zu unserer gesellschaft 2014 waren sie noch dagegen herr kurz was ist inzwischen passiert dass sie jetzt sagen das muss her das burka verbot also ich finde spannend wo sie jetzt den widerspruch sehen zu dem was ich vorhin gesagt habe sie könnten noch ein paar details natürlich beim film ergänzen die vielleicht auch ganz spannend sind dass das islamgesetz zum beispiel auch mehr rechte für muslime gebracht hat das recht friedhöfe zu errichten das recht auf seelsorge beim bundesherr das recht auf seelsorge bei im spitalern also wir haben ganz viel gemacht um muslimen zu zeigen dass sie rechte in österreich haben wir haben aber gleichzeitig und das haben sie gott sei dank in dem film erwähnt den einfluss aus dem ausland massiv zurückgedrängt weil wir in den letzten jahren seitdem ich auch staatssekretär bin erlebt haben dass aus dem ausland einfluss genommen wird nicht als wohltat aus vielen arabischen ländern sondern mit dem ständigen versuch unsere muslimischen communities in österreich zu verändern und teile ich zu 100 prozent das halte ich für den richtigen zugang muslimische religionslehrer sowie frau samia kador ein großartiges vorbild müssen in deutschland ausgebildet werden und künftig auch die imame ich will nicht dass ein islam aus saudi arabien oder jetzt gegenwärtig durch das autoritäre regimen unter erdogan in der türkei dass sich das eins zu eins in die religionsklassen oder in die gemeinden überträgt zum beispiel gleiche rechte für alle religionen hier im säkularen staat aber ich will dass wir uns von inländer zu inländer und nicht von inländer zu ausländern begegnen und warum braucht es jetzt ein burka verbot nur einen satz dazu wir haben zum beispiel eingeführt dass imame nicht mehr aus der türkei nach österreich geschickt werden sondern wir führen jetzt studien in österreich ein damit man die ausbildung in österreich machen kann damit wir österreicherinnen und österreicher haben die gleichzeitig gläubige muslime sind und die als religionslehrer oder imame tätig sind und das nicht aus anderen ländern beeinflusst wird und ein burka verbot burka ist überhaupt nicht das richtige wort für uns weil wenn in österreich jemand was trägt dann ist es der nikab ja ist nicht die burka und warum ein vollverschleierungsverbot weil ich der meinung bin dass es in den letzten jahren mehr und mehr symbole einer gegengesellschaft gibt und wie sie vorhin auch zu recht gesagt haben es braucht in unserem europa die gleichstellung von mann und frau es braucht ein bekenntnis zu unseren grundwerten 2014 haben sie es noch ganz anders gesehen da haben sie gesagt mit einem burka verbot da haben sie das wort überhaupt in den runden doch auch schon in zell am see glaube ich haben sie damals auch schon touristinnen mit nikab gesehen mit einem burka verbot haben sie gesagt werden wir in österreich die integration nicht lösen es gebe in österreich eine sehr geringe zahl an burka trägern vermutet die ist jetzt nicht wesentlich höher geworden und die kämen meist aus saudi arabien nach zell am see oder an den wiener kohlmarkt um viel geld dazulassen haben sie am 10 juli 2014 in ihrer rede vom nationalrat gesagt deshalb wundere ich mich was es passiert zwischen ich würde sie gerne begründen ich wäre ein schlechter politiker wenn ich nicht in fünf jahren auf veränderungen auch reagieren würde und in fünf jahren hat sich viel verändert wir hatten eine massive flüchtlingsbewegung wir haben eine wesentlich höhere zahl an musliminnen und muslimen wir haben eine wesentlich stärkere diskussion über die die frage was passt zu unseren werten und was nicht wir haben viel mehr menschen die die gleichstellung von mann und frau nicht zu respektieren wie wir uns das vorstellen wir haben in der zwischenzeit den is terror erlebt wir haben aus österreich mehrere tausend junge menschen die mit diesen terroristen sympathisieren wir haben 300 foreign terrorist fighters und wenn ich erlebe und dagegen hilft ein verbot der vollverschleierung nein aber das integrationsgesetz auch das haben sie nicht berichtet umfasst unzählige seiten viele kapitel ganz viele details und ein punkt von ganz vielen details vom arbeitsmarkt über den bildungsbereich über die frage der deutschkurse und ein bereich ist die frage wie gehen wir mit gesellschaft mit symbolen der gegengesellschaft um wie gehen wir damit um wenn salafisten den koran in unseren einkaufszentren verteilen dann haben wir nicht ein problem mit dem koran aber wir haben ein problem mit den salafisten den verteilen das wollen wir lösen und bei der burka oder beim nikab bin ich der meinung dass das kein symbol ist das zu unseren grundwerten in europa passt und wenn in syrien oder im irak frauen die burka und den nikab verbrennen in den vom is terror befreiten gebieten als zeichen dass sie sich da dass sie gesiegt haben dann ist das etwas was uns schon ein zu denken geben sollte und ich bleibe bei meinem satz dass wir mit einem burka oder nikab verbot die integration nicht lösen aber das heißt aber das heißt umgeht umgekehrt nicht dass es deshalb richtig ist wenn leute einen nikab tragen und dass das unbedingt zu integrationsförderlich ist das glaube ich nämlich ist es die richtige antwort auf die vermuteten oder tatsächlich vorhandenen ängste der österreicher ein vollverschleierungsverbot auszusprechen ich muss leider drei minuten vorher anfangen weil sie natürlich sagen sie sind jemand der das recht hat in fünf jahren zu lernen das stimmt als ich nach österreich nicht lernen die dinge haben sich verändert auch korrespondenten da waren sie da liebten die linken sie weil sie als integrationsstaatssekretär eine sehr pragmatische eingliederungs und integrationspolitik machten heute lieben sie vor allem die rechten weil sie auch das muss man natürlich sagen in österreich mit 35 prozent fbö mit einer sozusagen politischen macht kämpfen der die övp zurzeit ein wenig hinterher läuft ich glaube dass das islamgesetz war zeitweise streitig ist es nicht mehr viele ihre argumente was die integrationspolitik angeht sind immer noch richtig der kurs den die övp zurzeit fährt mit der obergrenze mit der notverordnung mit der debatte über die kürzung der mindestsicherungen etc da wird es schon schwieriger und ich würde gerne von ihnen verstehen warum sie im lichte dieser ganzen debatte zum beispiel an einem tag wie heute an dem orban ein referendum abhalten lässt für nötig halten in der welt der deutschen bundeskanzlerin per zeitung auszurichten dass es falsch ist ein paar hundert flüchtlinge aus griechenland oder italien aufzunehmen und gleichzeitig zu sagen orban hat letztlich recht und wir müssen die grenzen zu machen und integration ist ich verkürze jetzt verzeihen sie zweitrangig ich habe damit ein massives problem entschuldigung ich muss ein paar dinge zurecht drücken meine integrationslinie die hat sich um keinen zentimeter geändert mein zugang ist nach wie vor integration durch ich habe nie gesagt dass ich gegen zuwanderung bin die maßnahmen die wir setzen fordern und fördern das ziel das sie gerade gehört haben im fernsehen dass es möglich sein muss stolzer österreicher und gläubiger moslem gleichzeitig zu sein all das verfolgen wir nach wie vor genauso wie vor fünf jahren ich war aber auch vor fünf jahren nicht der meinung dass wir ungesteuerte migrationsströme nach österreich haben sollten ich war vor fünf jahren auch nicht der meinung dass wir 90.000 flüchtlinge in österreich ein aufnehmen sollten und die außengrenzen nicht schützen sollten also ich habe meine meinung nicht geändert ich habe immer die meinung gehabt dass wir migration steuern müssen dass wir wenn wir menschen wirklich helfen wollen besser vor ort helfen als zu glauben wir können alle aufnehmen und dass die die da sind bestmöglich integriert werden sie stimmen mir schon zu dass man beobachten kann das jetzt kein österreichisches phänomen das sind vielen eu-staaten die demokratischen parteien der mitte versuchen die agenda der populisten zum teil zu kopieren indem man die sprache übernimmt stimme vielleicht auch zu dass es nicht funktioniert also den versuch die rechten klein zu machen indem man die rechten in taschenbuch ausgabe kopiert führt am ende dazu dass die rechten noch mehr legitimiert werden weil sie ja den eindruck haben es wirkt die anderen reden doch auch so wie aber entschuldigung ich glaube die strategie wird nicht aufgehen ich muss nur ich muss nur entschieden widersprechen wir kennen uns erst seit heute ja aber ich bin dasselbe wie vor fünf jahren ja ich kann es ihnen gern bestätigen und es wird auch es wird auch in zukunft zu sein und ich habe ja null problem damit da jetzt dazu sitzen und zu sagen sie sind ein grüner ich bin ein bürgerlicher und wir stimmen in ganz vielen fragen überein und ich habe auch keine berührungsangst wenn ich mit einer anderen partei übereinstimme bürgerlich sind wir übrigens auch ja wunderschön ja also ich glaube ich habe sozusagen verabschieden wir uns doch von der denke des rechts und des links versuchen wir doch probleme pragmatisch zu lösen und wenn ich als überzeugter europäer der meinung bin dass europa ohne grenzen nach innen nur funktionieren kann mit funktionierenden außengrenzen dann ist das nicht rechts oder links sondern einfach richtig aber dann ist es doch erstaunlich und da will ich will nur einen satz sagen als ich als ich in österreich als ich in österreich vor eineinhalb jahren gesagt habe dass die unbeschränkte aufnahme in mitteleuropa nicht funktionieren kann als ich in österreich vor eineinhalb jahren gesagt habe dass wir unsere grenzen schützen müssen und dass der massenhafte zustrom uns überfordern wird da war das nicht populär da sind bei uns die leute am westbahnhof gestanden und haben die flüchtlinge applaudierend empfangen die umfragen haben damals gesagt dass zwei drittel der österreicherinnen und österreicher für die aufnahme der flüchtlinge sind also ich habe damals eine massiv unpopuläre haltung eingenommen weil ich sie für richtig erachtet habe heute ist sie populär ja ich habe es damals genauso vertreten sie schönen die dinge ein wenig weil ihr fokus liegt heute im wesentlichen auf dem schutz der außengrenzen und wenn sie sagen sie habe nicht gehört dass sie gesagt haben herr orban das geht nicht wir müssen trotzdem flüchtlinge umverteilen wir müssen trotzdem für die die da sind mehr tun das war würde das ja gern erklären ich bin sie aber nicht gesagt weil ich ja der meinung bin dass es falsch ist entschuldigung vielleicht darf ich den gedanken ja natürlich wenn wir dabei als es beschlossen nein ich war nicht dabei und ich habe damals schon es kritisiert wenn sie nachlesen aus meiner sicht sollten wir mehr als beschluss der eu dann ist österreich hat mitgestimmt ja aber aber erst gab es eine entscheidung des europäischen rates da will ich nur ganz kurz den gedanken mit ihnen teilen ich bin der meinung dass das wirksamste und ich glaube da sind wir uns alle einig die hilfe vor ort ist da kann man mit dem gleichen geld wesentlich mehr erreichen also wenn man die menschen aufnehmen zweiter punkt wir sollten menschen aufnehmen österreich tut das auch mittels für settlement programmen uk 20.000 waisenkinder kanada 20.000 menschen obama hat vor einer woche in new york die staaten gelobt die freiwillig mittels für settlement programmen menschen aufnehmen aber es gibt einen großen unterschied ob man jemand aus syrien mit einem resettlement programm holt oder ob man aus italien weiter verteilt wenn man aus italien weiter verteilt dann lässt man zu dass man den menschen suggeriert nimm einen schlepper schaffe ihm eine geschäftsgrundlage über lebe hoffentlich die gefährliche überfahrt übers mittelmeer aber nimm sie in kauf und wenn du in italien angekommen bist dann darfst du nach deutschland das halte ich einfach für falsch die aufnahme aus syrien der legale weg ist hundertmal menschlicher als dieser aus meiner sicht falsche weg damit hören wir auch danke für die diskussion und wie immer geben wir ab nach hamburg zu den tagesthemen aber zum allerletzten mal geben wir ab an thomas rot der heute seine letzte tagesthemen sendung moderiert thomas hier hören wir ein das will ich dir gerne weiter sagen will aber auch sagen weil ich es aus eigener erfahrung sagen kann es gibt auch ein leben nach den tagesthemen und das kann richtig viel freude machen zumal hier in berlin alles gute thomas danke cooler job das ist sehr sehr lieb von dir ich danke dir sehr ich danke dir sehr ja und was machen wir in den tagesthemen gleich auch wenn es meine letzte sendung ist sollte ich glaube ich sagen was wir tun wir setzen unsere eurer diskussion fort nämlich was bedeutet das gescheiterte referendum in ungarn für europa und wir blicken nach england wo nämlich seit heute fest steht wann die brexit verhandlungen beginnen mehr gleich für mich zum letzten mal in den tagstimmen da sind wir dabei alles gute thomas wir nächsten sonntag wieder hier an dieser stelle bis dann tschüss noch wiedersehen